hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft ich bin ja hochgekommen in der letzten folge haben wir gesagt ich gehe wieder hoch da wir ja jetzt erst mal dann verzaubern wollten das weihnachtssector pack ist noch am start wie ihr seht und ja wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen sortieren erstmal rotbeete kommt auch hier den knochen auch sonst eigentlich schienen kommen okay die haben keinen platz kommt die hier oben rein so ärzte haben wir ganz viele doch das hier noch ich glaube das war es dann auch dann hier können wir erstmal an die bürgen kommen ja nicht hier rein wir kommen ja nur die werkzeuge hier kommen die pfeil und die bürgen rein ich weiß nicht das namensschild das namensschild kommt hier rein ja jetzt habe ich einfach noch so ein bisschen holz gold erz eisenherz richtig viel das jetzt auch kein platz mehr hat im raum hier auch eine bessere kiste also eine mehr eine bessere kiste haben wollen haben wir denn noch holz wir haben noch holz müssen reichen ach so dann macht es nicht alles klar dann müssen wir noch mal gucken für bücher 2 hätten gereicht naja egal eigentlich bräuchten wir eine doppelkiste aber auch wieder nacht jetzt so heißen herz genug holz und wo haben wir den netherrack naja keine ahnung wir wollen ja noch unser zeugs verzaubern aber wir gehen jetzt erstmal schlafen glücklichen unser bettchen so ok und jetzt kann ich nicht mehr renten toll jetzt war es mir natürlich was und dann gucken jetzt kurz nur noch schnell wenn schon über 30 jetzt machen okay oder warte mal wir hatten verbrennung da habe ich ja schon ein bisschen eisen haben diamant mal nicht wo ihr neun schon ein würde jetzt erstmal kurz ein ja man schwer machen und das dann auch verzaubern allerdings für das verzaubern brauchen wir doch ein bisschen die level und was macht man da man geht einfach ins nether aber wo wollen wir das nether portal bauen wollen wir ein eigenes haus dafür bauen oder wollen wir das einfach irgendwo hier hinbauen ich weiß es nicht eigentlich wäre das geil so ein eigenes haus weil dann kommen nicht die ganze diese monster raus die ja manchmal im end so ein bisschen chillen kommen dann immer raus und auf das habe ich hätte ich nicht so bock das noch für den boden mitnehmen haben wir noch eine tür ja tatsächlich ein bisschen glas mitnehmen passt hier dann auch kein schild weil man alte wie die aussehen wo 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 ja ich brauche wieder ein schild zuerst sonst wird das nichts sieht aber voll schön aus jetzt der weg mit diesem texture pack naja was wollte ich machen ein schild besser holz haben wir dabei brauchen wir glaube ich noch brauchen wir dazu noch ein eisen oder ich weiß nicht mehr wie man ein schild kraftet naja kein problem bei der saison glaube ich und jetzt ein eisen ja perfekt aber es ist doch noch zum glück macht man das eigentlich mit kuh oder macht man das in die zweite hand alle gibt kuh dropmanns umste in uns und er 1 2 ne keine ahnung ähm ist auch egal ähm wir gehen hier ah das zuckerhäuse ist auch gewachsen dann können wir noch mehr bücher craften aber das ist jetzt erstmal auch egal hier müssen wir eigentlich auch noch mal fertig machen so hier wollen wir das portal einfach gerade hier machen ach wir haben gar keine schaufel und wir können ja eigentlich nix hier lassen und das einfach jetzt mal hier hin bauen wenn wir hier gucken dann würde das warte mal da würde genau hier hinkommen können wir hier einen eingang machen das muss ja auch nicht riesig sein aber einfach dass wir so ein kleines haus haben das so quasi ein bisschen safe ist dann jetzt ist es 1 wenig jetzt habe ich das obsidian nicht mitgenommen ja warte hier gehen wir auch noch 1 oder 2 nach vorne ja 2 und hier kommt dann die erste obsidian-säule lassen wir jetzt erstmal ach komm schon der stein finde ich auch sieht viel besser aus jetzt auch bei den ganzen häusern sieht viel schöner aus aber egal ach das wäre so praktisch eine schaufel naja machen wir das kurz von hand das ding ist wir müssen ja ins nieder früher oder später machen wir hinten auch noch eine band soll ja auch noch was aussieht oh eigentlich könnten wir jetzt einfach von außen den hier machen warte mal erstmal drei hoch dann können wir ja immer noch gucken auch mal alles von hand aus heißen oder was auch immer nicht so geil naja egal muss jetzt sein ja spannend auf jeden fall so aber wir haben es gleich geschafft leute wir haben es gleich geschafft let's go nehmen wir das schwarze eichenholz und füllen den boden hier aus weil hier kommt ja obsidian und hier obsidian habe ich das nicht weggenommen jetzt eichenholz für die wände ich glaube hier vorne machen wir gar kein fenster und hier dann einfach so ein zweier fenster oder hier aber wir brauchen noch so ein bisschen holz ich weiß nicht wie wir das da drin machen weil da hinten kommt auf jeden fall kein fenster aber ob wir das jetzt einfach so lassen oder irgendwie noch ersetzen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja werden wir noch sehen ähm wenn ich mir noch kurz erde genau dann können wir jetzt hier mit stufen eigentlich dann die decke machen ok wir haben haben wir glas hier wir haben wirklich glas ok dann machen wir das sieht noch so ein bisschen festlich aus das hört sich aber glaube ich dann auch und dann und die türen auch die tür hat unten noch die alte textur und oben noch äh äh unten die neue und oben die alte also die hinter naja egal dann holen wir uns noch kurz das obsidian und bauen das dort fertig ja wir können eigentlich auch noch kurz hier vorbei einsammeln wir das noch kurz fertig so genau hier müssen wir eigentlich auch noch weiter machen und ich sollte wieder essen ich vergesse das immer noch unglaublich ja wir haben hier auf jeden fall mittlerweile ja es ist zu spät ich finde das unser dorf hier finde ich oder unser doch es ist ja so ein bisschen unser dorf ich finde das richtig schön richtig gemütlich auf jeden fall haben wir vielleicht noch eine schaufel ein nob ne feuerzeug haben wir wo haben wir ein feuerzeug haben wir überhaupt ein feuerzeug hier vielleicht ne weil vielleicht hier äh hier hier gibt es noch eine spiele egal wir haben Flint haben wir auf jeden fall Feuerstein und Eisen ja auch weißt du Flint weißt du das Feuerstein doch eigentlich schon das heißt ja auch Flintensteel aber ich weiß es nicht egal jetzt haben wir auf jeden fall Flintensteel oder ein feuerzeug es wird auch gleich wieder nacht und ich glaube das nether betreten wir auch noch gar nicht sondern bauen erstmal kurz das haus fertig gehen dann in der nächsten folge oder in der übernächsten ins nether genau alter alter das sieht auch fast so aus ok perfekt wir haben ein nether portal ich glaube wir machen die einfach weg und ersetzen das einfach durch ganz normalen den Boden sieht ganz ein bisschen komisch aus wie zur hölle so genau mach das weg so genau toll oben müssen wir vielleicht auch noch Obsidian hin machen das sieht jetzt nicht so schön aus naja wir machen erstmal hier kurz noch den Weg ich habe jetzt keine Treppen mitgenommen leider und auch keine Slabs für die Decke wir werden sowieso noch so ein Dach bauen ein extra Dach sozusagen wir können uns ja noch kurz in der Schaufel craften dann passt das wie heute ähm die Erde kommt nicht hier rein Holz das das kommt hier rein da kommt Hochstein hier kommt Erde und ja dann haben wir noch ein paar andere Sachen hier zum Beispiel das Feuerzeug das Diamantenschwert mache ich auch mal da rein weil noch mit einem Seat mache ich hier rein äh das ist eigentlich auch oder halt hier so genau ein Eisen für eine Schaufel ja Breastix sind ja hier Breastix danke ok dann haben wir jetzt auch wieder eine Schaufel das ist sehr beruhigend auf jeden Fall wieder so passt gut oh Gott Entschuldigung so Leute dann würde ich sagen war es das mit dieser Folge Minecraft bis zum nächsten Mal Leute Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal